ja die Prozent guter Wichter er kann also automatischer Werkpark aber nur easy so ich hätte doch so was erledigt so 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 hätten auch so direkt die script boxen so damit das hier so wird das hier rausgepumpt ich hätte ja noch was übrig zum glück hier ich hab noch einen stock jetzt zu trolatschen aber jetzt werden die jetzt nichts gepumpt oder geht das so geht es jetzt so wo sie die ganzen script boxen die feiert tausend okay aber jetzt muss doch gleich eine script box drin oder und bereits wird hat er weiß ich aber es ist zu schnell rausgepumpt worden okay ich möchte auch gucken ob es funktioniert es ist eigentlich war ich weiß ja nicht kommt schon muss man mal eine scrapbox kommen so ich hier scott hier wird jetzt ein scrap jetzt rausgepumpt genau kommt hier rein so lol wo geht das? siehste gut funktioniert das heißt jetzt lass ich mal ganz kurz Strom durch genau das funktioniert das heißt sobald jetzt hier dass der voll ist wird der hier produziert aber genau eine Sache wollte ich noch machen so wollte ich jetzt mal die Kiste gleich dran stellen weil wir haben es ja irgendwann wird die sowieso voll sein hoffentlich 2 3 4 5 6 8 so 2 Dias dann noch Glas ok 5 2 3 4 5 so 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 Eise Kiste Kuhl Kiste jetzt gibt die die 8 aber aus der Stoff von Kuppen es funktioniert ich weiß genug Energie drin um eine Werte zu produzieren Gürtel die Gäste der Wachstumstumstum und ja dann würde ich jetzt mal sagen nach gar nicht stunden Prozent das war es von dieser aufnahm und ihr habt ihr mit Aufnahme die Schaff wir haben die gesamte die mit der Produktion aufgebaut wir haben das ist ungebot wir haben elf Haus und ein Entwurf wir haben das ganze Projekt abgeschlossen also zumindest das Projekt was da gerade war ich werde mal hier das Golddust daran so das Ohr werde ich mal das Eisenerz werde ich mal so den und daran tun ich gucke mal kurz auf irgendwo ein Ohr haben damit ich ein bisschen Zeit schmerzen kann hier ist noch das das ja ja ist hier noch irgendwas ne nur so und so 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 viel Gold so viel Gold wir sind so reich alter das sind so viele Dears das sind auch das sind Stack Dears und wir haben noch mehr und wir haben noch mehr ja 30 Level ok das haue ich noch kurz durch so noch ein Viertel Stack Dears dort mit nachher drüben mal noch Eisen hier das geht jetzt mit den neuen Maschinen richtig schnell links haben wir hier die nicht so gepowerten Maschinen aber äh rechts äh nein andersrum doch ne rechts sind die hier gepowerten Maschinen die richtig schnell sind ja ganz kurz weg wir haben mittlerweile halb eins keine Ahnung wie lange wir schon aufnehmen ich glaube seit 19 Uhr oder so keine Ahnung äh naja wird der halt ziemlich lang sein und so weiter äh das Gold mach ich noch Alter wir haben wir wir haben 1,2,3,4,5,6 wir haben schon mal 2,6, Dias nice äh ich hab jetzt keine Scrapboxen hier später rausgeploppen bevor der hier voll ist ich weiß es nicht der fast 10 Millionen EU und das sind jetzt äh ist nicht schon ne es ist jetzt 200.000 ne 2 Millionen war 1000 10.000 Euro das ja 2.000 Millionen sind schon drin ja dann soll der eigentlich nicht rausploppen ich meine sind grad keine dran also so schnell sich's gut leider noch nicht tun wir zum Glück naja hier auch den wie man zählen will das bisschen Eisen mach ich noch kurz ich sehe nicht so viel ja also wir haben richtig viel geschafft diese Aufnahme das ist immer noch die Aufnahme der letztlich die ganze Zeit gebettelt hat mit den Dingels indem wir die Schweinefarm gemacht haben das ist immer noch die Aufnahme ist immer noch die Aufnahme wo wir aber von jetzt gefarmt haben äh ja die Aufnahme wo äh Dingels gefragt hat wie lange ich das für das Craften brauchen würde und jetzt hab ich zwei Stunden dafür gebraucht wo ich gesagt hab 30 Minuten oder so so ein bisschen übertrieben was ne wer macht noch mal dieses Geräusch ne aber er zeigt das mit komisch langsam egal kommt jetzt Eis noch kurz ja so ich geh das nur kurz raus für die Level ja 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 was hab ich hier eigentlich noch so drin hat ich würde es mal alles zumal es ein Eindruck zu sehen ein Rucksack wird jetzt leer gemacht so 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 ja ich nur umgeräumt habe noch kurz alles sortieren einmal mit halle zu entlernen nach der Aufnahme für die längste Aufnahme auch bisher das war überhaupt allgemein die längste Aufnahme die ich mit hatte oder ich glaube ja ich habe ganz viel Kohle drin Tanks Kupfer Kohle, Sturm und Bier äh Ne, das ist Silberoohr, nice ich glaube das kann man auch noch mal im Maze-Rater tun eines zumindest habe ich noch gekriegt wie Silber das so, noch ein bisschen Tim so äh so, guck kurz in den Bottle rein so dann die Dinger, kann ich wieder zusammen craften so so ich hab einen voller Block und halt Slap so so Lido die Kisten müssen auch unleert werden so so und zwar und zwar von Silber kommt auch ein, das kommt auch ein so das kommt auch ein, das kommt auch ein das kommt auch ein das kommt auch ein so, so 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 so, so so die beiden die ganzen der zu Norddeutscher ausräumen das ist daraus gelangt der Rattung der Truppenholz jetzt wollte ich mal und ich brauche ich nicht brauche ich nicht aufgeladen werden unsere Schönen sie Schien zurück die Liederbuch dort 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 Stein ich kann das der Erzruhe ja für die Geldruhe und so Lieder er sagt manche ich bin zu kurzem so so schlicht werden also so und so was einmal das ist endlich sagen das was von ihr erfolgreich aufnahme hier steht vor ganz vorgefallen hat könnt ihr kennengelernt um hochgelassen geht da lassen jetzt erst mal ich es habe Göttingent einen Daumen hoch da lassen, dafür, dass ich jetzt eine schöne Anlage haben. Wenn ihr fand, dass ich schlecht sind, die Folgen, könnt ihr auch einen Dislike geben. Ist mir egal. Aber wenn ihr die gut fand, könnt ihr gerne einen Like geben. Wenn nicht, dann nicht. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, was ihr in der Folge sehr gut fandet. Oder auch schreiben, was ihr in der Folge so schlecht fandet. Und ja, es tut mir leid, dass die anderen jetzt nicht mehr dabei sein konnten, aber ich wollte es halt zu Ende kriegen. Und ja, ich bin euch gerade relativ müde. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Ticket Lights. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zu so einem kleinen Mini-Anhang. Also es ist wirklich nur ein kleiner Anhang. Das lag gerade ein bisschen. Das lag wirklich ein bisschen, aber ich wollte euch nur mal zeigen, was so nach vier Stunden zusammenkommt. Also erstmal muss natürlich... Der FSU ist noch gar nicht voll. Das heißt, es ist aber noch kein Niematter produziert worden. Äh, je nach vier Stunden ist der FSU immer noch nicht voll. Also eigentlich sollte der voll sein. Ich hatte den aber jetzt ca. vier Stunden laufen. Also wir haben jetzt nicht mitten in der Nacht, aber eigentlich sollte der doch voll sein. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir zumindest mal ein, zwei Jumilmeter haben. Und die ist schon super wachsen, nein? Ja, 43. Du bist schneller vorgehend. Warte. Sag mal, alle Sekunde 1.000. Sind das 1.000 Sekunden? 3.000 Sekunden? Das sind doch nur... ...zwei Stunden so circa. Eigentlich sollte der auch voll sein, oder? Funktioniert der Junkle, oder nicht? Junkle, oder funktioniert der, oder? Ja, schon ist es. Ja, ich habe nur das funktioniert. Äh, komisch, komisch, komisch. Die funktionieren, die Maschinen sollten, aber genau. Dann, der lässt sich wieder auf. Soll eigentlich alles funktionieren. Die E-E-V-O-F-U-Z-I-E-R-O. Rückkiste ist nur noch das Schild drin hier. Ja, ich habe jetzt gerade ein kleines bisschen, aber... ...noch das Schild kurz. Also, das wird wirklich nur ein ganz kleiner Anhang werden. Aber ich hätte wirklich damit gerechnet, dass... ...der, äh... ...schonvolles Dämmel verschoben. Äh, das ist jetzt nicht so gut, weil es kann sein, dass jetzt Scrapboxen überfüllen. Deswegen nehme ich vor die Hefte raus und tue die hier an. Ich weiß jetzt, wenn man die öffnen kann, aber das mache ich jetzt nicht, weil das ist eine Verschwendung. Kann doch sein, dass ich jetzt Energieverschränke, aber egal. Deswegen sollte, wie gesagt, nur einen kleinen Anhang werden. Aber weil ich noch ganz kurz mache... Ja, kleiner Anhang, für die Zuse 10 Stunden dauert. Nein, warte. Ähm, ich werde nur ganz, ganz kurz, ähm, die Schweine füttern. Ich muss mich kurz Minuten wegen, äh... ...he, wie ist es? Ähm, hier ist es. So. So. Nein, nicht. Strings. Flux. Flux geht's gar runter. Ich würde noch, dass das Feld... gut ist. Dann, äh... hier noch, das, da und... Gott, das, da und... Gott, das, da und... Gott, das, da und... Gott, das, da und... Nein, geht nicht. So, 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 so... Nein, ich muss auch später, also wir werden uns wahrscheinlich noch aufnehmen und dann werden wir, glaube ich auch noch, ein Kuss aus Feld machen, dann geht mal von aus. So, da noch... So, da noch... Ich glaube, ich will jetzt hier mal das ganze Feld schon mal los... da drüben mal das ganze Feld nur mit Weizen, oder? Ja, zumindest mehr Weizen. Das sind hier vier, Felder, ach, fuck. Vier Felder, drei, noch sechs, drei, vier, fünf, sechs. Ja, komm, mach ich mal. Dann später noch überlau. Und ich mach dann später ein eigenes Fluxfeld, oh, ja. So ein eigenes kleines Fluxfeld. So, so. So, hier, Steuer, dritten, so, so. So, so. So, Karotten haben wir noch. Paar übrig. Nee, ich mach jetzt auch nicht mehr in die Gumi, was ich jetzt zu tun? machen das hat mich gewundert Krupp die Städte auskaufen der reichen und ich weiß gar nicht ob der Chancel die Schweinefarm ne eigentlich nicht aber egal Schweinefarm soll ich die neuen Betriebserleitung war der Direktor der Tats um durch jetzt kurz noch mal genau ganz kurz kommen und ganz kurz die Zeit der 10 Minuten gehen ich hoffe es geht wirklich weiter um hier oben noch die wir haben gerade bis zu früh später und er hat wieder Christoph Schäfer im Wichter noch so ein bisschen auf ich weiß wir haben uns gerade siebzehnten Voraus aborten hat sich im Aufnahme Marsch da ich mal und es wird auch ziemlich geil ich war wenn wir hinterher dann über zwei Wochen nicht aufnehmen und dann für dich so ganz viel jünger das wäre geil 23 Euro zu gehen durch die man jetzt zurück heute zweifelte wieder dabei komisch ja meine Musik muss ich jetzt nicht kurz noch um was zu sagen es wird sich zu lange dauern und ja dann würde ich sagen funktioniert hier geht so gut wie gar nichts runter weil sofort wieder aufgeladen wird wir werden auch durch hier ist jetzt schon ok 2 Millionen bis zum nächsten Mal so mal wieder so ein kleiner also ich glaube das würde das ganze Video daraus bestehen dass ich immer wieder gucke ob wir schon Jujemette haben erstmal MFSU warum das seit ich funktioniert funktioniert der Junkle oder nicht seit ihr mich drauf war ist da nichts neues reingekommen das verstehe ich nicht hä ich glaube ich gerade deshalb hm hä ok ich mach nochmal einen kurzen Cut so jetzt müsste es zu ziehen genau und jetzt hier 7,7 Millionen aber anscheinend funktioniert der Junkloader nicht was ist aber schon wieder weg kann doch gar nicht sein hä hä wo kann ich den Mace Raider öffnen den nicht und den nicht und den nicht und den nicht und den nicht den auch nicht und den nicht aber den Mace Raider das ist die keine Ahnung was da gerade los ist es ist aber weg geht keine Ahnung was da gerade los ist ich muss mal kurz so so wie gesagt kleine Anhang jetzt hier nach einer Stunde oder so bin ich hier drin und zwar wollte ich nämlich gucken wegen wie ich habe die weil eben weiße wie ich ab so jetzt mit Schenklauer nach ich bin ich habe doch er ich habe ich habe das das vor die Ecke 10 schon erst mal kurz die Anlage musste jetzt in Begriffen sein ja da ist die Schweine von wie gesagt nicht drin aber kann ich eigentlich auch den Chunks auch kleiner machen zu 6 5 so ist die Rubberfarm noch drin ja locker wird doch auch reichen so der hier wird immer voller und jetzt machen wir einen kleinen Cut und gehen so in 10-20 Minuten wieder rein ob dann der Ebene voll ist oder zumindest voll leer ja bis gleich so jetzt sind so 10 Minuten vergangen und ich möchte ja ich glaube es ist das zweite gelaufen oder ich glaube ja war so wenig in 10 Minuten ja gut das war jetzt fast eine Million Energie aber in 10 Minuten obwohl ich meine das sind 1000 Sekunden obwohl das passt eigentlich schon das heißt wenn ich jetzt den Chunknode umplatziert habe gehts anscheinend wieder ich frage mich wann hier endlich wie weiter produziert wird und wie schnell so hier der Recycler ich glaube in der nächsten Aufnahme werde ich auch oh like in der nächsten Aufnahme werde ich glaube ich auch mehr Recycler bauen dann wo wo okay 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 habe ich noch irgendwas zu tun gerade ich hätte vielleicht noch das Gummi hier rausnehmen erstmal hier da brauchen wir natürlich es ist nicht aber wieder richtig viel Gummi natürlich wie immer wo wird wo wird wo wird die Technikiste machen also ich glaube das nächste das machen ist Prozent Zillapen Fabrik sondern das ist erst mal nicht machen wir Prozent Prozent die sich die Städte weil es gibt es ein bisschen wichtiger unserer Ordnung hier Scheiße so kurz mitzapfen ja komm mal kurz mitzapfen da mitzapfen ah weg ah nein nicht wundern so ich glaube jetzt nicht schon glaube ich endlich keine Ahnung was das letzte Mal los war da kann es eigentlich zu viele Schiffe eingestellt hatte heute und nun um ein das doch ich so 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 ich glaube es ist ja auch immer noch mal ein bisschen hier auch vergrößern aber auch vor allem also so 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 gut aber so 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 da wachsende ich so viel noch gut ein 10 und wann eigentlich ist doch die Schütze nicht schneller zwischen 4 10 Minuten einmal nacht es war auch gerade nach der Schilder soll jetzt nicht funktionieren jetzt haben wir auch zufrieden die Jünger darf fahren auch wenn ich bei den Metern sich produziert und das Server leckt jetzt gerade wo ist das Server overload doch kurz warum weiß ich nicht ich kann auch nicht nehmen weil nicht direkt Ränder aber so ein bisschen Teil 1 Speise sag ich mal ja so schön viel Rubber sind was ist die Größen kurz erklären so 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 kurz gucken wie viel der Gieß drin ja schon viel ich glaub ich geh in 5 Minuten immer rein wenn das erste Video Meta sollte dann irgendwie publiziert werden fast Jo bis nachher auch so mal wieder so ein zweitleidisch nicht bis jetzt 10 Minuten gewartet möchte zumindest ist es weitergelaufen ist zwar nicht bei 10 Millionen aber ist es weitergelaufen weiß ich soll ich jetzt hier noch kurz warten das kann aber noch so 10 Minuten dauern bis da alles voll ist an die ich sie wissen ich habe eingestellt dass Schalter sobald der Schalter aktiviert ist es wird nur Energie rausgelassen wenn der voll ist damit wir immer aufladen können hier kommen die paar tausend Energie sind ja total egal das lässt es sogar weiter auf während ich hier auflade ne hä hör doch auf ah ok ok ich könnte schon mal wie viel kostet denn 2 Recycler so circa Recycler oh leuk das lecker war wenn ich so schreibe ich hätte klar kostet ja eigentlich gar nix okay noch mal 3 Recycler machen wie ich sagen oder die hessichs Ruder waren ja auch nicht viel oder schwieriger hier und gestalten hat Stück 1 2 3 4 die Jürgen Kompressoren das sind dann vierundzwanzig Plus nur so viel ich habe er hat drei Stück und um die Redstone Kabel die Schuhe jetzt um sechs Stück Kabel heißt 1 2 3 1 2 3 ein bisschen vier hier drin also dahin und Grund ab da hat er so einfach auch schuld so dann so nur erd und verhandelt und bisschen er zu 8 Stück er 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 kann ja nicht alles haben ich dachte ich werde schon abgestimmt 18 6 8 und wieder auf so da meine Drei Glowstone Dust Ach, warum 18 er der? Wir kommen ja um 18 er der Ich brauche noch neun er der Egal Ja Ja, das ist ja, wo es hier hängen Ach, egal Egal, egal Drei Recycler Igneos Igneos Extruder Bisset Glas Also 6 Glas Warte erstmal nachgucken, wie viel wir da drüben haben China K K Vielen Dank.